Vielen Leute Sag mal, wenn du jetzt... Ich glaube es nicht. Jetzt geht es hin. Jetzt lange nicht mehr. 1116. Nee, Fehler. Zeig dir doch mal. Noch mal. Moment. Jetzt 748. Ernst? Ja, 748. Moment, warte mal. Ja, ich will es rein. Ja, der Günther hat... Moment, ja. Ja. Do geht's, neymiş? Ajda. Oh ja, das ist ein Durchgang. Oh ja. Da ist ein Durchgang. Und da liegt die Eimer drin. Ja, da liegt die Eimer drin. Und es ist zugeschüttet. Schade. Okay. Okay. Ich gehe zurück. Cool. Eine Teil mit 4 Meter. Achtung. Ja. 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 Das geht ziemlich tief. Ja. 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 Ja, das betoniert sogar. Ja, wenn du es umdrehst. Ja, ich gehe jetzt mal weg. Dann geht es ums Eck rum. Ja. Ja. Günther leuchtet her. Das langt schon. So. Moment. Ich schadere michenst nicht meiner clue. Das war's für heute. Ja, warte auf die Günde. Ja, warte auf die Günde. Ja, warte auf die Günde. Hallo? Ja, warte auf. Ja, warte auf. Ja, warte auf. acht meter acht meter ungefähr ja ja schluss Ah, pfff! Ah! 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 Phew. Ah! 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 Komm ich nur wieder? Ja ich komm, ich komm Achtung Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Ja ich komm, ich komm include öğretern Ja, das sind die, ich fahre, ich fahre. Moment. So. Oh Manni. Was war ich schon zu berichten? Da hinten ist Schluss. Geht's nicht weiter. Der Kupfer noch 8 Meter. Ja. Und dann? Links rum 6 Meter, rechts rum 2 Meter, dann ist Schluss. Das andere, das haben die zugeschüttet, das ist ein ausbetonierter Unterstand da hinten links, hinten rechts und der ist voll mit alten Farbeimer. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Hab ich, hab ich. Ja? Ja, also Achtung, Heiner. Jo. So, Achtung. Soll ich mir den Kommen hier? Die Stimme sind drauf, ja? Soll ich gerne in die Tür, dass du in die Dinge bleibst? Ja. Soll ich noch mal auf? Ja. Soll ich noch mal auf? Ja.